Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge, ja hallo, hallo, Folge 11. Ich wollte es erst bei Folge 10 machen, aber jetzt ist es hier. Ui, mein Kunstwerk, das wunderschöne Kunstwerk. Nimm'ses der Gliedfüße. Ja. Ja. Ui, 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 ui. Das ist unser, ähm, persönlicher, unser PP, sagen wir es so. Äh, 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 das ist unser PP. Ach, wo bist du jetzt hingefallen? Gefällt's auch noch? Also, liebe Zuschauer, es hat sich sehr viel geändert. Falls Sie das noch nicht gesehen haben, ich werde es Ihnen vorführen. Oh, jetzt, ich muss dafür hoch, natürlich, ne? Au, au, warum tue ich, warum tue ich mir das? Häh? Okay, egal. So. Dafür muss ich in diese Etage und hier hin. Und dann gibt's nämlich hier so ein Special-Pronenteil. Da kann ich nämlich runterspringen. Das sieht so aus, genau. Und dann geht das so. So, dann hab ich, des Weiteren hab ich ganz viele, ganz, nicht meine Kiste öffnen. Meine Kiste. Da kann man nämlich, hab ich hier ganz viele Ideaden hingemacht. Aber rechts ist einfach nur so ein bisschen davon. Aber links. Tada! Das sieht wunderschön aus. So ein Kisten-Lager-System. Wo der Place 77 ganz schnell rausgeht und niemals da rein darf. Weil da ist nämlich ab hier Zutritt verboten. Aber in den Großen darf er? In den Großen darf er. Aber in den Rechten, in den Linken nicht. Außerdem kommt dann hier noch von meiner gelben Wolle eine goldene Tischplatte hin. Das muss alles noch ausgebessert werden. Hier der Boden und bis in die Wand und hier oben noch ein bisschen was. Da muss noch ein Teil rein, eine Reihe. Weil ich gemerkt hab, dass es unsymmetrisch ist. Weil ich nämlich da 3 habe und auf der anderen Seite hatte ich 4 und deswegen hab ich das geändert. Also muss da jetzt noch normaler Stein rein, aber vorher muss ich Lava holen. Also viel Spaß. Viel Spaß beim Zugucken des Weiteren. 36 36 36 Eisen hatte ich jetzt hatte ich ja genau so müsste das richtig gewesen sein. Wenn nämlich ein Eisen fehlt, dann mach ich dich dafür verantwortlich. Auch wenn ich's selber mir genommen hab. Ich mache dich verantwortlich. Ja, du setzt dich auf deinen Drohnen und kackst erst mal da rein. Ja, hier auf YouTube benimmt sich keiner. So. Abonniert uns. Abonniert uns. Abonniert uns. Das müsst ihr echt tun. Ihr seid natürlich nicht gezwungen, aber ich zwinge euch hiermit damit. Natürlich seid ihr nicht gezwungen, ne? Hast du Leiter an? Nein, ich geb dir keine. Hast du welche? Nein. Hast du welche? Hab keine. Hab wirklich keine Leitern. Wozu brauch ich denn Leitern? Ich kann mal gucken, aber ich hab keine. Ich hab keine Leitern. Bau dir doch Stöcke. Holz ab und daraus kannst du deine Leitern. Nee. Und dann sieht der Tischplatte jedenfalls ungefähr so aus. Wenn ich das auf das Ganze mache, dann kommt hier oben noch ein Kronleuchter hin. Warte, den kann ich eigentlich schon mal machen. Ich frag mich ja, wo der ist. Der ist ja direkt neben mir. Und jetzt baust du dich gerade hoch. Er hängt Leitern dran dran. Ich bin direkt neben dir. Neben wo? Neben wo? Ja, natürlich. Ich bin ja jetzt weiter oben. Ja, ich bin ja jetzt weiter oben. Ja, ich war eh in einem anderen Rücken. Und wer nicht? Dann mach ich dich dafür verantwortlich. Ja. So. Das macht dir Spaß. Dann mach ich dich dafür verantwortlich. Wenn nur irgendetwas passiert. Dann mach ich dich dafür verantwortlich. Weißt du, ich mach dich dann verantwortlich, ne? Oh, fuck. Jetzt hab ich zwei gelbe Wolle gebaut. Ach nee, das warst du doch. Eigentlich wollte ich doch rote Farbe, äh, gelbe, gelbe Farbe machen. Gelb-Schwarz. Ich mach kein gelb-schwarz. So ne Scheiße kommt nicht in dein Haus rein. Gelb-Schwarz, gelb-schwarz. Nur weil du gelb-schwarz liebst. Über alles. Na gut, dann kotze dich doch mal voll. Tu mir diesen gefallen. Ach, verkackt. Nein. 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 So, jetzt aber. Hä? Hä? Wieso hab ich das nicht eingesammelt? So. Egal. Du brauchst eine Schauke oder eine Fakel? Farkel? Farkel? Du brauchst Farkel? Nein, ich hab da drei Sorgen, das habe ich gesagt. Warum? Weil. Baum. Warum? Warum? Irgendwie hängt der Kronleuchter mir aber zu weit unten. Was sind Leuchter noch nicht da? Ja, nein. Können wir sehen. Der hängt zu weit unten, da muss ich noch einen höher bauen. Also, einen muss ich noch höher bauen. Ist da drüber irgendwas? Warum hab ich ihn da nicht weitergebaut? Achso, weil ich das nicht wollte. Stimmt. Hä? Wie bin ich jetzt da hochgekommen? Dankeschön. Ja, das können wir auch. Ich glaub auf die... Ey, kennst du mal bitte? Nein, guck mal. Ich weiß. Ich glaub, da kann man auf den Teppich hoch. Jetzt nerv mich nicht. Ja, bau dein Loch weiter. Ja, bau dein Loch weiter. So. So. Ich dachte, Zäune sind anderthalb groß. Wieso passt denn dieser Zäune genau dahin? Zäune sind genauso groß. Man kommt halt nicht drüber. Zäune sind anderthalb groß. Ich dachte, die sind anderthalb Blöcke groß. Ja. Ach, Fick. Äh. Verdammt. Mach gut, ja. Wo hast du meine Kiste aufgemacht? Warum hast du... Warum hast du da was reingemacht? In meine Kiste? Nee. Welche? Warum hast du in meine Tür was reingebaut? Oh. Egal. Du machst sie direkt so, wenn du eine Kiste quasi hörst. Ja. Da sind... Da sind ganz viele... ...gute Sachen drin. Und in einem Kiste ist es auch nur ganz ganz viel große Dase. Sieben, acht. Sechzehn. Acht. Und die restlichen acht. Ähm. Ja. 64. Und... 64. Und 64. Und 64. Na klar. Wenn du denkst, dann denkst du nur, du denkst ein Mädchen kann das nicht. Schau ihr in die... In die Ritze. Und dann schau in ihr Gesicht. Also in ihre Hinternritze meine ich jetzt. Das meine ich wirklich. Ja. Außerdem, was wollte ich denn machen? Achso, ich wollte das machen. Ich wollte einen Stonecutter bauen. Einen aber bitte nur, ne? Willst du einen von mir? Weil du hast ja zehn Stück gebaut. Ich hab schon. Ich hab auch so gesehen, warte. Ich hab auch so gesehen, warte. Ich hab schon. Außerdem wollte ich jetzt so hoch zu meinen Schafs, zu meinen Schafs, zu meinen Schafchen. Und die bestäuben lassen sich selber machen. Oh, ich bin eine Biene. Ich heiße Marvin. Ich heiße Marvin. Alter! Ich kann keine Leitern mehr hochgehen. Hey, hallo. Dämliches Ding, hallo. Er läuft von alleine. Hilfe. Hallo. 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 Und Anlauf. Los. Jawohl, jetzt geht's. Mit Anlauf. Schade, dass es noch kein Regen gibt in Minecraft. SS, äh, SP, meine ich. Zack. Und zack. Ja, in normalen Minecraft gibt's doch Regen. Ja. 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 Alter. Alter. Was wollen die Schafe von mir? Wollen die meine letzte Existenz von mir stehlen oder was? Ich will doch einfach nur einen Zaun da hinbauen. Mann, jetzt verschwindet. Ey, das gibt's da nicht. So, jetzt habt ihr da wenigstens keine Chance mehr. Ihr Schafe, ihr nichtstunenden Wurzelfresser. Ja, lach dich nur tot. Du wirst es irgendwann bereuen. Ich mach dich dafür verantwortlich. Ich sag's dir nur. Ich muss auch mal langsam jetzt die Kisten umsortieren. Das mach ich nämlich jetzt so mal. Flint gehört natürlich dann auch zu Kies. Kies und Erde habe ich in einer Kiste gepackt. Schön, das Volltagsinventar. Was baust du da überhaupt? Machst du auch so ein Riesending? Glaub gehört dann in Verschiedenes. Das will ich aber eigentlich nicht. Ich will da eigentlich für Bäume. Aber eigentlich gehört das ja zu Holz. Weil ich das aus Holz ausgebaut, abgebaut hab sozusagen. Und Essen? Habe ich Essen? Habe ich überhaupt Nahrung? Eine Kiste für Nahrung? Ich weiß es gar nicht. Ich hab kein Blatt mehr. So. Aber jetzt müsste ich eigentlich viele langsamer laufen. Weil ich ja jetzt voll bin. Also voll mit Sachen. Sand hab ich gar nix. Tierprodukte, Fleisch etc. Verschiedenes. Treppchen und Holz. Ach, warum denn nicht? Ist doch Schnieke. Die Handen gehören zu Verschiedenes. Aber Stecker kommen da nur rein. Noch irgendwas? Ne. Osminen hab ich jetzt in der guten Kiste noch oben. Irgendwie. Ach, das ist jetzt. Ab und zu ist da mal zwischendurch so ein bisschen Laub weg. Auf einmal. Das ist die Spawn wahrscheinlich. Aber so langsam, dass dann nur einmal alle, keine Ahnung, fünf Jahre was passiert. So, Werkzeuge, da gehören die Fackeln auch dahin. Weil man kann ja mit Fackeln... Wehe, du gehst an meine Kiste. Wehe. Ich folge dir. Dann mach ich dich damit für verantwortlich. Geh hoch. Geh hoch. Ich glaub, ich nehm das Zeug mal weg. Dann nur. Wenigstens das Eisen. Und die 15 Diamanten, die ich gesammelt hab. Ne, ich hab 30. Nein, ich hab 11. Ne, warte, ich hab doch 20. Oder doch nur 5. Schau, jetzt kannst du gerne diese Kiste benutzen. Aber die nicht. Da ist noch was drin. Da ist nichts drin. Doch. Ne. Weil ich die brauch... Nein. Mach die da wieder rein. Hier, dann nimm den Sand. Gib mir die Pilze. Was will ich denn bloß mit Sand? Wie kommst du auf die Idee? Sand. Ich brauch keinen Sand. Gib mir den Diamanten, dann küsst du die Pilze. Dann kriegst du die Pilze. Dann kriegst du die Pilze. Schau mir in die Nase und dann schau in meinen Augen. Woraus? Oh. Oh, oh, oh. Jetzt ist er disconnected. Ist das ein Display noch an? Natürlich. Oh. Na ja. Ja. Aber das geht jetzt, glaub ich, auch langsam dem Ende zu. Doch. 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 Jetzt hab ich keinen Bock mehr. Jetzt hab ich keinen Bock mehr. Deabonnieren. Genau. Deabonniert ihn. Aber er hat eh nur einen Abonnent. Also pfff. Ey, ich hab ja auch noch früher was angewandt. Nee. Nee. Du hast gestern schon den Kanal gehabt. Sogar früher schon. Nein. Gestern Abend. Sogar früher schon. Gestern. Ganz früh schon. Ganz früh. Morgens hast du dein erstes Video hochgeladen. Nein. Es hat um 10 Uhr. Ganz früh. Du hattest außerdem den Kanal schon ganz früher. Ja. Ja. So Freunde. Das war's dann. Das war's dann. Wir streiten uns jetzt noch ein bisschen weiter. Und. Bis dann. Haut rein. Und abonniert mich besonders auch. Weil ich. Hab ja das Tablet. Und ich. Entscheide. Ob ich ihn jetzt nun. Abonnieren werde. Oder eher gesagt. Ob ich. Will dass andere Leute ihn abonnieren. Aber. Kommt einfach. Macht was ihr wollt. Liken. Posten. Kommentieren. Und nicht abonnieren. Ihn jedenfalls. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Und Quiates. Tschüss. Vielen Dank.